Vielfalt des Lebens, Artenvielfalt oder auch Biodiversität. Eine Vielfalt, die Südtirol und seinen Lebensraum ausmacht. Die unterschiedlichen Höhenlagen, viele landwirtschaftliche Erzeugnisse und verschiedene Landschaften sind das natürliche Ambiente unzähliger Arten von Pflanzen und Tieren. Biodiversität ist für uns alle von höchster Bedeutung. Südtirol hat daher ihren Erhalt zur politischen Priorität erklärt. Die Artenvielfalt betrifft uns alle. Sie ist die Grundlage jeden Lebens. Der Mensch ist nur ein Teil der Natur. Uns gehört die Welt nicht. Wir sind ein Teil davon. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass die Artenvielfalt der Arten bleibt. Das ist das Etchtal heute. Und so wäre es wohl ohne die Präsenz der Menschen. Der Schutz der Artenvielfalt eines Territoriums hat nicht nur einen ökologischen Wert, er ist auch die Grundlage für wirtschaftliches und soziales Wohlergehen. Das Ziel ist es, dass wir mehr Wissen, mehr Wertschätzung und mehr Sensibilisierung draußen für die Naturlandschaft haben, sei es für die Erwachsenen und für die Kinder. Eine große Biodiversität ist für eine ertragreiche und nachhaltige Landwirtschaft wichtig, für eine geschützte Umgebung und für ein gesundes Lebensambiente. Mit dem Programm Südtirol Land der Artenvielfalt hat das Land eine Roadmap für eine nachhaltige Zukunft vorgelegt. Unser Ziel ist es, das Land der Artenvielfalt zu werden. Wir sind bereits auf einem guten Weg. Wir haben die Maßnahmen vorgestellt, die bereits im Gange sind in allen Bereichen. Ob das jetzt das Wasserraum belangt, die Landwirtschaft, die Naturgebiete draußen. Und unser Ziel ist es, eben wie gesagt, das Land der Artenvielfalt zu werden. Das heißt, in diese Richtung noch sehr viel zu investieren. Und dazu wird es auch eine entsprechende Wissenschaftler begeistern. Regulierung der Wasserläufe und Flusssanierungen, Schutz der Wälder, Schutzgebiete für Biodiversität, Erholungsgebiete für Fauna und Flora, Unterstützung für Projekte zum Umweltschutz. Das sind einige der Schwerpunkte der Landesregierung für die nächsten Jahre zum Erhalt der Artenvielfalt in Südtirol. Untertitelung des ZDF für funk, 2017